In das Preismengendiagramm tragen wir nun alle zur Preisbestimmung wichtigen Daten für die Goldfisch AG zusammen. Die Preisabsatzfunktion, die Grenzerlösgerade und die Grenzkosten. Im Schnittpunkt von Grenzerlös und Grenzkosten ist die Gewinnmaximierungsbedingung erfüllt. Die Gewinnmaximale Absatzmenge in Höhe von 360.000 kg ist an dieser Stelle abzulesen. Um den passenden Preis zu ermitteln, lotet man diese Menge senkrecht auf die Preisabsatzfunktion. Von dort aus ist der Gewinnmaximale Preis in Höhe von 3,20 Euro auf der Preisachse abzulesen. Der Punkt C auf der Preisabsatzfunktion wird Cournot'scher Punkt genannt, in Erinnerung an Antoine-Augustin Cournot, der im 19. Jahrhundert die Theorie zur Preisbildung im Monopol und Oligopol entwickelte. Der Cournot'sche Punkt beschreibt also die Kombination aus Preis und Menge, mit der ein Anbieter im reinen Monopol seinen Gewinn maximieren kann. Dieser Punkt repräsentiert gleichzeitig das Marktgleichgewicht im reinen Monopol. Keiner der Marktteilnehmer kann sich nämlich bei Erreichen dieser Konstellation noch besser stellen. Der Anbieter hat, wie wir ja gerade hergeleitet haben, dort sein Gewinnmaximum realisiert. Die Nachfrager reagieren auf die Preissetzung des Monopolisten als Mengenanpasser entlang ihrer Nachfragekurve. Da die Preisabsatzfunktion die geplante Nachfrage der Konsumenten widerspiegelt und der Punkt C ja auf der Preisabsatzfunktion liegt, haben sich die Nachfrager bestmöglich angepasst. Kein einzelner Marktteilnehmer sieht also einen Grund, sein Verhalten zu ändern. Die Nachfrager geraten Die Nachfrageräusche Die Nachfrager geraten Die Nachfrager virtspulen Vielen Dank.